Die kolumbianische Drogenmafia hat den Vereinigten Staaten den Krieg erklärt. Er regiert ein Imperium. Gentlemen, Raymond Cota, der mächtigste Drogendealer der Welt. Mit Korruption und Gewalt. Seine Macht überschreitet alle Grenzen. Ich finde Demokratien toll. Doch dieses Mal ist er an den falschen Mann geraten. Wir beide wären ein wundervolles Team. Kannst ruhig weiterträumen, Kumpel. Chuck Norris ist wieder da. Raymond kriegst du niemals. Ich werde ihn bis ans Ende der Welt jagen. Der Knabe gefällt mir. Um das Drogenimperium zu zerschlagen. Angriff in 10 Sekunden. Er kennt keine Skrupel. Du kannst den Vollschirm haben, wenn du willst. Du bleffst nur. Ach wirklich? Ich hab dir einen angeboten. Er ist schnell. Festhalten! Zähnstrebig. Das ist ein Ende, Kumpel. Ja! Und gefährlich. Jetzt bist du dran. Im Kampf gegen die kolumbianische Drogenmafia. Viel Glück! Ich hab mich gewarnt. Er ist wieder da. Chuck Norris in Delta Force 2. The Columbian Connection. Der Miriam fill in 10 Sekunden. Er ist wieder da.